Jeder Mechaniker kennt das Problem, runde Schraubenköpfe oder runde Muttern. Mit dem normalen Schlüssel geht hier gar nichts mehr. Kunter hat dafür eine Lösung, und zwar den Spezial-Schlüsselsatz. Und den werden wir jetzt mal ausprobieren. Der Schlüssel hat eine spezielle Verzahnung, die greift dann ein. Jetzt schauen wir mal, das war mal eine 13er Mutter, also 13er Schlüssel weiter. Und jetzt versuchen wir das mal mit dem Schlüssel zu öffnen. Und, jawohl. So, ansetzen. Geil, dass er sich fest... Hier sieht man sehr gut, wie der Schlüssel sich richtig in die Mutter reingefressen hat. Das Coole ist, die Schlüssel gibt es von 6 bis 19 Millimeter. Und man kann sie auch ganz einfach als normalen Schlüssel hernehmen. Und die Mutter oder Schraube wird überhaupt nicht beschädigt. Das passt nämlich super da drauf. Nice. Nice.